Der Silberne Falke von Katja Fox Es liest Dana Geisler Bei St. Edmundsbury, Oktober 1184 Welch ein Flug, rief William begeistert aus und starrte in den blauen Herbsthimmel. Stets bemüht, das Tier nicht aus den Augen zu lassen, rannte er quer über die große Wiese, als er über einen Maulwurfshügel stolperte. Ehe er sich versah, lag er beuchlings im Gras. Als William sich erhob und den rechten Fuß belastete, schmerzte der mehr als gewöhnlich, doch er biss die Zähne zusammen. Seit er laufen konnte, kämpfte er gegen seinen von Geburt an nach innen verdrehten Fuß an. Fest entschlossen, den stechenden Schmerz nicht weiter zu beachten, klopfte er den Staub von seinen Kleidern. Obwohl er nicht das geringste Bedürfnis verspürte, die ungeliebte Arbeit in der Schwertschmiede seiner Mutter wieder aufzunehmen, entschied er sich schweren Herzens für den Heimweg. Er blickte noch einmal nach oben, wo er den Vogel beobachtet hatte, den er als Rotmilan erkannt hatte. »Jesus Maria«, entfuhr es ihm. Ein Falke hatte den Milan inzwischen angegriffen, und nun stürzten beide Vögel im Kampf steinschwer zu Boden. William rannte sofort los. Der schmerzende Knöchel war vergessen. Die wilden Flügelschläge der beiden Vögel waren schon von Weitem zu hören. Atemlos hielt William an und beobachtete, wie die Tiere kämpften. Der Greif war fast weiß und ungewöhnlich groß. Er betrachtete den Falken genauer und hielt einen Moment andächtig den Atem an. So unglaublich schön war er. Die Bell, das goldene Glöckchen am Fuß des Vogels, tönte hell bei jeder Bewegung. Er musste seinem Herrn entflogen sein. William ahnte, dass der spitze Schnabel des Rotmilans dem weißen Falken gefährlich werden konnte, und raufte sich verzweifelt die Haare. Ihm fiel das Messer ein, das seine Mutter vor ein paar Jahren für ihn geschmiedet hatte. Er war unsagbar stolz darauf, denn es war eines der wenigen Geschenke, die sie ihm bisher gemacht hatte. William trug es immer bei sich und hütete es wie einen Schatz. Nun riss er es aus der Lederscheide, griff sich eine Astgabel und schnitt sie ab. Langsam näherte er sich den beiden Vögeln und versuchte, den Kopf des Milans mit dem Ast zu Boden zu drücken. Der Vogel aber wehrte sich heftig. William zuckte beeindruckt zurück und der Ast rutschte ab. Er nahm all seinen Mut zusammen und beim dritten Mal gelang es ihm schließlich, den Kopf des Rotmilans mit der Astgabel zu Boden zu drücken. Der Falke machte seiner Beute mit einem Biss den Garaus. Williams Hände zitterten und sein Herz raste. Der Milan tat ihm leid, auch er war ein wunderbarer Vogel. Aber der Falke mit dem herrlichen, fast weißen Federkleid war etwas ganz Besonderes. Hätte er eine Wahl gehabt, hätte er beide Vögel gerettet. Während der Falke seine Beute federte und sich mit ihrem Fleisch gierig den Kropf füllte, betrachtete William ihn genauer. Wie wunderbar muss es sein, einen solchen Vogel zu besitzen, dachte er und überließ sich Tagträumereien, in denen er als Falkner solche Falken abtrug. Als der Greif endlich von den Überresten seiner Beute abließ, bemerkte William, dass er sein linkes Bein schonte. Offenbar hatte er sich verletzt. »Ich werde dich mitnehmen und pflegen«, flüsterte William liebevoll. Er legte seinen Umhang ab, schlich sich an und bedeckte den Vogel damit. Er hüllte den Falken so ein, dass er ihn vorsichtig hochheben konnte. Die Freude über seinen Fang beflügelte William. Sein Entschluss, den Falken zu behalten, war unumstößlich, selbst wenn seine Mutter den Vogel nicht dulden würde. Bestimmt würde sie behaupten, er lenke William nur von seinen Aufgaben in der Schmiede ab, und damit würde sie vermutlich sogar recht haben. Er musste einen Platz für das Tier finden, an dem seine Mutter es nicht entdecken würde. Der Falke war die Erfüllung eines Traumes, der vor drei Wintern begonnen hatte. Einen ganzen wunderbaren Nachmittag hatte er damals mit dem Maréchal und dessen Falkendame Prinzess verbringen dürfen. Guillaume le Maréchal war einer der bedeutendsten Ritter Englands und ein Kunde von Williams Mutter, denn ihre Schwerter waren berühmt. Der Maréchal, der an jenem Tag bereits zum zweiten Mal in ihrer Schmiede gewesen war, hatte William ein vielfaches mehr an Aufmerksamkeit geschenkt als bei seinem ersten Besuch, bei dem er ihn kaum beachtet hatte. An jenem Nachmittag aber war er überaus einnehmend gewesen, hatte William immer wieder die Hand auf die Schulter gelegt und ihn »mein Junge« genannt. Während der Maréchal auf die Reparatur seiner abgewetzten Schwertscheide hatte warten müssen, hatte er William ausführlich erklärt, wie man einen Falken zähmte. »Locke machen« hatte er es genannt und ihm ganz genau geschildert, wie man sie zur Beizjagd abrichtete, was er als »abtragen« bezeichnet hatte. William hatte Prinzess sogar halten dürfen und war vom Maréchal gelobt worden, weil er sich dabei so geschickt angestellt hatte. Acht Jahre war er damals alt gewesen, und seitdem waren Greifvögel seine große, wenn auch heimliche Leidenschaft. So oft es ging, hatte er von da an die Falkner der Umgebung und die Jagdgesellschaften beobachtet, die sich gelegentlich in der Nähe der Schmiede versammelten. Nun war William elf und wusste bereits eine ganze Menge über Falken. Wie hätte er sich nun die Gelegenheit, einen so wundervollen Vogel einzufangen, entgehen lassen können? Ein heißes Glücksgefühl durchströmte ihn, und seine Schritte wurden schneller. Als William wenig später die Schmiede erreichte, blickte er sich besorgt um. Der Hof war menschenleer. Gut so. Hastig überquerte William den Hof. Er würde den Falken zunächst in dem Schuppen unterbringen, indem sie das Holz aufbewahrten. Da es seine Aufgabe war, für Nachschub zu sorgen, kam außer ihm nur selten jemand hierher. Im Inneren des Schuppens war es fast dunkel. Die wenigen Sonnenstrahlen, die durch die Ritzen der Bretterwand fielen, tauchten den Schuppen in diffuses Licht. William setzte sich auf einen Holzstapel. »Ich werde mir dein Bein einmal ansehen«, murmelte er, als sich die Tür öffnete. »William?« Obwohl er die warme, dunkle Stimme seines Stiefvaters erkannte, gab William keine Antwort. Er musste Isaac draußen übersehen haben. Der aber hatte vermutlich beobachtet, wie sein Stiefsohn mit seinem eigentümlichen Bündel über den Hof geeilt war. William drehte sich um. Die hereinfallende Sonne blendete ihn. »Was tust du da?«, fragte Isaac freundlich, trat ein und schloss die Tür. William schien das Blut in den Adern zu stocken. »Nichts«, log er. Doch ihm war unbehaglich dabei. Er liebte Isaac, als wäre er sein leiblicher Vater und hatte ein schlechtes Gewissen. Der Falke auf Williams Schoß begann mit den Füßen zu rudern. Es war zu spät, um den Falken vor Isaac verheimlichen zu können. Nun konnte er nur noch versuchen, ihn zu seinem Verbündeten zu machen. »Ich habe einen Falken gefunden. Sein Fuß ist verletzt.« »Lass mal sehen«, forderte Isaac. »Solange ich seinen Fuß nicht genauer betrachtet habe, sollten wir den Umhang noch darüber lassen. Wenn er uns sieht, wird er noch mehr zappeln«, erklärte William eifrig. »Aber du könntest mir helfen, ihn zu halten, damit ich nach seinem Fuß schauen kann. Isaac trat näher. »Wenn du meinst, dass ich das kann?« Seufzend hob er seinen Armstumpf hoch. Man hatte ihm einige Jahre zuvor seine linke Hand und den halben Unterarm abnehmen müssen, weil eine Wunde brandig geworden war. Es hatte lange gedauert, bis er sich mit seiner Verstümmelung abgefunden hatte. »Sicher kannst du das!« William zeigte Isaac, was er tun sollte, dann untersuchte er den Falken. »Sein Bein blutet«, sagte er und blickte Isaac bekümmert an. »Wir sollten es verbinden, so wie Rose es bei Maries Arm gemacht hat, als sie vom Pferd gefallen ist.« Rose war die gute Seele des Hauses, die sowohl ihn als auch Isaacs Töchter aus erster Ehe, Agnes und Marie, aufgezogen hatte, während sich Williams Mutter Eleanor um Isaacs Schmiede gekümmert hatte. William nahm einen der Leinenstreifen, die seine Mutter zum Umwickeln der Schwertscheiden benutzte, und riss ihn in zwei Stücke. Mit dem einen tupfte er das Blut ab, bevor er das andere um das Bein des Vogels schlang und die Wunde damit verbannt. »Es wäre sicher besser, deine Mutter käme vorläufig nicht her«, bemerkte Isaac. »Falls du den Vogel länger behalten willst, solltest du besser ein anderes Versteck für ihn suchen.« »Und komm lieber bald in die Schmiede, ehe Eleanor dich vermisst«, riet er William, »ich geh schon mal vor.« Er nickte verschwörerisch und verließ den Schuppen. William atmete auf. Isaac würde ihn sicher nicht verraten. Er stellte den Falken auf einen Holzstapel, wartete kurz und nahm ihm dann den Umhang ab. Der Greif schüttelte sich und schimpfte laut. »Psst«, William legte erschrocken den Zeigefinger auf die Lippen. »Sei still, wenn dich jemand hört!« »Ich muss jetzt in die Schmiede, sonst zieht sie mir die Ohren lang. Aber keine Angst, ich komme bald wieder. Nur du musst so lange ganz leise sein.« Vorsichtig näherte sich William dem Falken und streichelte ihm über die Brust. Der Vogel schloss die Federn enger zusammen und hob unwillig die Flügel an. William wusste, was das bedeutete, und ließ die Hand sinken. Der Falke fürchtete sich. Er musste sich erst an ihn gewöhnen. Die Scheu der Greifvögel vor dem Menschen machte es so schwierig, sie dazu zu bringen, immer wieder zu ihren Herren zurückzukehren, obwohl sie doch bei jedem Flug aufs Neue die Freiheit schmeckten. Guillaume le Maréchal hat ihm William so anschaulich davon erzählt, dass es nun dessen größter Traum war, die besten Falken Englands abzutragen. Er verließ den Schuppen und lief zur Schmiede. Der Rauch der Esse hinterließ einen bitteren Geschmack auf seiner Zunge. Wie konnte seine Mutter die Arbeit in der Schmiede nur so sehr lieben? War doch ein Tag in der Werkstatt wie der andere, dunkel, schmutzig und stickig. Er bemühte sich unbemerkt an seinen Platz zu kommen, doch seine Mutter hatte ihn bereits entdeckt. Hatte ich dir vorhin nicht gesagt, dass du das Werkzeug ölen und aufräumen sollst, sagte sie tadelnd. William drehte sich um und nickte, wie er diese Arbeit hasste. Und ist auch nur eine einzige Zange an ihrem Platz? Nein, Mutter. William scharrte nervös mit dem Fuß auf dem gestampften Lehmboden herum. Wenn sie ärgerlich war, forderte man sie besser nicht mit irgendwelchen fadenscheinigen Erklärungen heraus. Wenn ich dir eine Aufgabe gebe, dann führst du sie gleich aus und verschiebst sie nicht auf später. Hast du verstanden? Die Schmiedin sah ihn eindringlich an. Und jetzt gib mir eine Wolfsmaulzange. Auf der Suche nach dem Werkzeug drehte sich William hilflos um sich selbst. Nun mach schon, drängte seine Mutter. Das Eisen wird zu heiß. William griff nach der erstbesten Zange und reichte sie seiner Mutter. Himmel, Junge! Nicht die Rundmaulzange, die Wolfsmaulzange, habe ich gesagt! schimpfte die Schmiedin, als das Eisen, das sie im Feuer hatte, nun begann, Funken zu versprühen, weil es zu heiß wurde. Ich war nicht einmal halb so alt wie du, als ich sämtliche Werkzeuge voneinander unterscheiden konnte. William streckte sich und füllte seine noch etwas schmächtige Kinderbrust ärgerlich mit Luft. Rundmaulzange und Wolfsmaulzange ähnelten einander bis auf die kleinen Kerben. Wenn man nicht genau hinsah, konnte man sie schon mal verwechseln? William rollte mit den Augen. Er hatte wirklich nicht die geringste Lust, Schmied zu werden. Als sich Eleanor mit dem Handrücken über die Stirn wischte und dabei einen breiten Streifen Ruß über ihren Mund verschmierte, stieg ein hysterisches Kichern in William auf. Schämen solltest du dich, anstatt dümmlich zu grinsen, fuhr ihn die Schmiedin empört an. Du bist wirklich zu nichts zu gebrauchen! Die Worte seiner Mutter trafen William. Er wusste, dass er sie wieder enttäuscht hatte und das tat ihm weh. Sie sollte doch stolz auf ihn sein. Ich hasse die Schmiede und die dummen Zangen auch. Ich brauche sie ohnehin nicht, weil ich nämlich niemals Schmied werde, platzte er trotzig heraus und stürzte aus der Werkstatt. Als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, knurrte er widerspenstig. Ich kann's ihr einfach nicht recht machen und ich will's auch gar nicht. Ich werde nämlich Falkner. Plötzlich horchte William auf. Das Stampfen von Pferdehufen näherte sich und kurz darauf sprengte bereits der erste Reiter in den Hof. Das Banner aus rotem Tuch mit den drei kriechenden Löwen in Gold flatterte im Herbstwind. Jedes Kind in England wusste, wem diese Farben gehörten. Ohne zu warten, bis der Mann das Wort an ihn gerichtet hatte, stürzte William zur Schmiede zurück, riss die Tür auf und rief aufgewühlt in die Werkstatt. Der König! Mutter! Der König! William wusste, wie sehr sich seine Mutter wünschte, dass auch König Henry bei ihr Schwerter in Auftrag gab und so stieß sie offensichtlich erleichtert ein Endlich hervor. Warte noch! hielt Isaac sie auf und packte sie am Arm, als sie sich anschickte, hinauszugehen. Du hast einen dicken Balken Ruß über dem Mund. Wie ein Bärtchen sieht das aus. Kein Wunder, dass der Junge lachen musste. Er nahm den Zipfel seines rechten Ärmels und wischte seiner Frau liebevoll den schwarzen Streifen aus dem Gesicht. Als Eleanor die Schmiede verließ, warf sie ihrem Sohn einen kurzen Blick zu. Neben glückseliger Erwartung meinte William auch Verzeihung darin lesen zu können und war erleichtert. Der König hatte breite Schultern und einen leichten Bauchansatz. Trotz seines Alters von ungefähr 50 Jahren war er immer noch ein beeindruckend stattlicher Mann. Die runden Augen blickten streng, aber auch überaus wach in die Welt. Die tief in seine Stirn eingegrabenen senkrechten Falten verrieten den ewigen Zweifler. Williams Mutter hatte bei Tisch mehr als einmal... Die tief in seine Stirniger may интер Alcohol barLEY aber für ganz montrer Abkommen. Der König hatte in die Luft dafür in der Eis Donner Knife, die 16.000 Bauch откllend. ables am Fein supplied mit dem Raum verbreich.